Leute, ich habe einen Tipp für euch, wenn man so einen Fischgrill, beziehungsweise hier die gefüllten Dillenfisch-Tuben, dann ist es ja so, das kennt jeder, das klebt so leicht auf dem Grill. Schaut mal hier, ich habe so eine Plansche reingemacht, da habe ich Olivenöl drauf, erhitzt und jetzt lege ich die Tuben da drauf. Dadurch klebt der Fisch nicht auf dem Rost und und die in Speck gewickelten Karotten kann ich hier daneben wunderbar auf dem Rost legen, damit der Speck schön kross wird. Man sieht schon wie das geht und der Fisch gart sehr schonend, ohne festzukleben, auf dieser Plansche. Perfekt!